Und damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei TTT mit den üblichen Verdächtigen der letzten Folge. Dem Afro-Schnitze. Hallo. Ja gut. Den Esby. Hallo. Den Kartoffelsalat. Hallo. Den Schotzig. Hallo. Die Oma. Hallo. Dem Punky. Hallöchen. Und dem Kai. Darf ich trotzdem Hallo sagen? Ich bin tot. Der ist schon tot, ihr habt es schon gehört. Hab ich auch gefunden. Ne, das ist der andere. Du hast doch nicht auf mich geschossen. Übrigens, da oben im Aufzugsschacht ist ein Traitor auf mich geschossen. Er hat mich mit der AP betrogen. Ich glaube, da oben war Punky eben noch. Echt? Ja. Mittlere Ebene vom Aufzugsschacht. Ist aber ein Luftschacht hier. Ja, Aufzug, Luftschacht, wie auch immer. Sepp ist hier auch. Weiß er doch. Schneezu ist hier auch. Und wer schießt ihn jetzt? Warum schießt du ihn nicht? Wer? Du. Warum willst du jemanden erschießen? Weil ich gerade erst mal klarkommen muss hier. Du musst einmal rangehen, da kommst du nach unten. Ich hoffe, dass er euch Punky gerade erschießen soll. Aber das wäre jetzt unfair. Aber Punky hat auf dich geschossen. Er verfolgt mich schon wieder. Äh, siehst du? Ich wurde angeschossen. Nein. Doch. Hast du nicht gerade geschossen? Ich habe nicht geschossen. Du hast geschossen. Okay, dann habe ich geschossen. Hilfe. Unter euch aus. Was ist denn hier jetzt los? Also, wir schießen alle. Boomerang, den du jetzt zweimal geworfen hast. Er habe ich schon gesehen auf Sepp. Okay. Alter, wirklich. So, wer ist es denn jetzt noch? Lars. Lars. Lars, oh mein Gott. Punky, meine Waffe hat gehangen. Punky. Einer von euch hat mich oben runtergeschmissen, ne? Punky, du hast mit dem Boomerang nicht getroffen. Ja. Oh lol. Und einer von euch hat mich runtergeschmissen. Ich bin doch gerade vor dir weggelaufen. Das war ich aus Versehen. Trag mich nicht. Mit einer Granate. Ja. Eigentlich hätte man sogar schon an meiner Ansage erkennen können, dass ich Traitor bin, war ich nämlich zuerst die, als letztes die erzählt hat, die tot waren schon. Eigentlich wäre meine Tabelle mit drin war. Ich bin glücklich, dass du zu langsam redest. Hallo, hier ist Lars. Hallo. Oh, hier ist Monopoly. Wieso komme ich hier nicht auf? Aufgestanden ist Detektiv. Oh, hier ist Detektiv. Detektiv. Detektiv, die ist das. Gott. Detektiv. Wärt hier eine Granate geschmissen? Ich nicht. Alle runter vom Regal, Granate kommt. Oh oh, weg hier. Oh oh. Spaß, hab's doch noch gar nicht geworfen. Aber jetzt wäre... Punky, schieß mal in die Luft. Da ist ein Superschaf. Oh, da ist wer gestorben. Aua. Warum bewirfst du mich mit Granaten? Die macht aber keinen Schaden. Die schießt dich nur weg. Hier oben wurde wer vom Superschaf wegkillt. Und Punky hat schon wieder eine Pistole in der Hand. Ja, die Granate habe ich ja eine Runde davor. Katow ist halt. So, eine normale Pistole hier. Also ich würde gerade auf Punky tippen, Mike. Katow ist halt davor gesagt, dass Punky... Wieso Sky... Mal schießen so und dann war er tot. Ich bin ihm drunter gefallen von... Habt ihr nach oben geschossen? Wie geh ich in diesem Schaden? Ja, warum ist Katow ist halt jetzt tot? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht erschossen. Ich weiß, wer das dann tot ist, wenn ich ihn gerade erst konfirm. Was ist da draußen im Fenster los? Brauchst gar nicht abgelöcken, ich will. Kann man das Auto hier anschieben? Aber genau so sah es früher mein Zimmer auch aus als Kind. Genau so. Schocksack, lebst du noch? Wer ist denn das hier oben die ganze Zeit? Ach so, das ist Detektiv. Scheiße, jetzt habe ich das nicht mitgekriegt. Kann ich von hier oben irgendjemanden sehen? Der sich auffällig verhält? Wie gehe ich hier runter? Ich will wissen, wie man hier runter geht. Wo bist du denn? Ja, in diesem Schacht. Wie gehe ich da runter? Beobacht euch alle. Ah, das war zu hoch. Na unten drücken und dann an die Seite am besten. Das probiere ich lieber nicht aus, dann falle ich wieder runter. Ja, du kannst doch gar nicht runterfallen dort. Er ist da? Ach, Funky. Nicht? Nein. Aber ich bin eben hier von so einer Strecke runtergefallen. Also wenn du diesen Luftschacht meinst, da kannst du echt... Also ich habe es noch nicht geschafft, da zu sterben. Okay. Ah, jetzt schwebe ich auch runter. Detektiv beschützt mich. Nein. Nein. Mhm, mhm, mhm. Aha. Was machst du da? Ich beobachte dich. Mhm. Ja. Ja. Die Oma ist bei mir. Wer ist hier? Äh, selbst. Hi. Hi, ist bei mir. Ich bin ein Neutrater. Was ist das? Kannst du mir das kurz warten? Äh. Ah, das ist wirklich zu spannend. Ich muss hier hoch. Ha. Gibt es hier keine anderen Waffen als diesen Müll? Was für einen hast du nur? Das ist ein SMG hier. Aber ich finde hier nur Schrotflinten. Okay, SP war Traitor. Proben müssen. Ist das ein Zapf-Wart-Water? Ja. Mich wundert es, dass... Wir hatten die Zapf zuletzt confirmed. Denn derjenige, der confirmed hat, hat nicht gesagt, was er ist. Ach so, das steht auch immer oben rechts. Deutet immer darauf hin, dass es derjenige ist, der confirmed hat. Nee, Zapf habe ich erschossen und confirmed. Und das steht auch immer oben rechts, Alter. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Hier oben? Die Oma ist es bestimmt. Meinst du? Warum? Naja, ich weiß nicht. Schnitzel? Bist du's? Anki, hör auf, auf mich zu ziehen. Ja, bist du's, oder bist du's nicht? Ich bin's natürlich nicht. Mhm. Warum läufst du mir hinterher? Aha, die Oma also. Die Oma ist es, die Oma ist es, die Oma ist es. Keine Oma ist es, die Oma ist es, die Oma ist es, die Oma ist es, die Oma ist es. Keine Oma ist es, die Oma ist es, die Oma ist es. Doll. Äh, okay, ich bin's. Alter. Du bist mein bester Mitspieler. Hältekunde. Keine Oma. Ähm, Zapf, ich wusste, weil du nicht was das Ding macht. Ich wollte eigentlich eine echte Antwort haben. Hätte ich gewusst, dass es dir nicht bewusst ist dass ich der Killer bin, dann hätte ich gar nicht angefangen auf dich als erstes zu schießen Du hättest wahrscheinlich den Detective mit mir getötet Also, vor allem ich hab ihn ja getötet Ja, deswegen ja Kai ist jetzt jede Runde prinzipiell dran Bin Detective Ich bin unschuldig Die Runde schon anfangen Kai zu erschießen Nein Das ist mir auch so leid, dass ich die Regie gekillt hab Aber ich hab mich erst gekillt, wo ich mir sicher war Oh, ich hab grad nur einen Schaden bekommen Wo ich sicher war, dass Dings, äh, Dings ist Ey, wer schießt dir? Zip hat geschossen Ja, ich hab geschossen Und womit? Zurecht Wieder vier Schaden bekommen, man darf nicht springen Oma, warum stehst du? Ja, du hast durch springen gerade Schaden bekommen Gut, das ist eine Erklärung Der kann nicht leben Das ist eine Ordnung Hat wenn der Sniper für mich? Alter, ich hab das so gut gemacht, der konnte Was ist denn das? Da ist auch das einer Da ist die Zeilicht Alter, keiner hatte den Verdacht auf mich, dass ich Kartoffelsalat oder Schoxi getötet hatte Niemand Es hat auch keiner gecheckt Es hat auch keiner gecheckt Bis Kai mal hingegangen ist Dass er die ganze Zeit da drunter war Unter dem Schubladen Ja Da war niemand Ich kappelte hier oben in der Ecke rum Damit ihr auch alle sehen könnt Und das zu zweit Ihr seht gefährlich aus hier Dann könnte er da einen Ich hätte ihn umbringen können Ganz ehrlich, dafür würde ich dich am liebsten erschießen Ja Die Aussage Schnitzel Ich glaube, wenn ich erschossen werde, wenn ich hier draußen rumlaufe, ist es Schnitzel Der Detektiv ist eigentlich da, da sollte nichts passieren Aber okay Hoffentlich Ist der Trovato? Mal kurz eine andere Frage Und mein Bruder fragt, ob er mitspielen kann Der hat sich die ganzen Sachen besorgt Er bräuchte nur noch das Passwort für den Server Kai Hm? Hast du jetzt das Schick? Hast du jetzt das Schick im Shop? Schatzik Nein, das Problem war eben, äh, Ding Hey, wie kann ich ein Shop sein, wenn ich so mach dabei? Guck, was du machst Ich hab mich grad gekrackst Ja, ich bin Detektor Jaja, angeblich Ich bin ja nicht mit ASD die ganze Zeit gelaufen Ich hab mich ja gekrackst Ich hab dabei die Maus bewegt Und das kann man doch nicht so machen Schatzik ist schon wieder so leise Ich rede doch Hallo, ich rede doch Das ist ein Zeichen Schatzik ist Traitor Wir müssen ihn erschießen Ähm, ich hab mich jetzt jedes Mal richtig gehabt Glaubt die Oma, wisst ihr was? Wisst ihr was? Erledigt Schatzik Da Der wird mit Granaten rum hier Ich sterbe Wegen Wegen der Falle Glaub ich Wo denn? Wo? Ja, da unten am Eingang Oh Gott Bei mir, bei mir, bei mir Bei mir hier oben Dort unten beim Mauseeingang war da Okay Detektiv, bitte da hin Ja, wo denn? Ich weiß nicht, wo du Zum Mausefalle unten Äh, zum Mauseeingang unten Ey, warum schießt ihr auf mich? Irgendwann schießt ihr auf mich Gerade kommt Föhr an Wow Ach, ne, dann geh hier weg Hier ist auch noch wer tot Okay Wer ist noch tot? Kai, stehe oben rechts Ich geh jetzt hier weg Wo ist denn der Mauseeingang? Und wer von euch Hat auf mich Hat auf mich Welcher Trottel Hat denn bitte schön Die Falle hingelegt Wo der eigene Traitor-Kollege durchläuft Also Warte, warte mal Also Kai ist vorhin Von oben, von dem Regal In, äh Hinten in den Luftschacht gegangen Ja, der ist ja auch tot Steht auch da Ja, ich weiß aber nicht Wer noch da Er hat auf mich geschossen Mit einer Sniper Ich hab nur 50 Leben Ich hab nur Sniper Aber noch nicht geschossen Ach Jetzt werden das von euch gewesen sein Als ich welche Konfirmen wollte Keine Ahnung Aber ich wollte es auch Verhindern Sepp, Sepp, Sepp Soll ich dich jetzt Umschießen Soll ich dich jetzt Erschießen oder später? Aha Du bist also Traitor Dass du mich töten willst Natürlich Du bist Traitor Ich hab doch einfach Bock drauf Glaubst du, dass ich Traitor sein könnte? Ich wusste nicht mehr Dass man mit Second Shanks Woanders spawnen kann Glaubst du? Das war Noll Mit Second Shanks Jetzt haben wir auch wieder Reden Punky war Hat mich auf jeden Fall erschossen Das weiß ich Okay Ja, Punky ist tot Ja Und der ist danach gestorben Irgendwie Ja Hält mir jetzt nicht hinterher Oder du Christen, Heddy Also Lars Ich weiß nicht Ob das jetzt so schlau war Mich zu dingsen Weil das habt ihr Genau so Selber Ja, dir kann ich ja Wenigstens vertrauen Ah, danke Mir nicht Weil du schon Naja Du warst ja noch nicht tot Hier ist ein toter Ja, das ist die Schnitzel Er hat mich mit einer Granate beschmissen Das heißt ja nicht, dass du Nicht der Traitor bist Das ist das richtige Wer ist das? Seth Und? Weißt du, du weißt, dass ich schnell im Abzug bin Schoxxick ist Was ist das? Schoxxick schießt auf mich Schoxxick ist Traitor Schoxxick ist oben am Regal Nein, unten im Schacht Unten im Schacht? War der nicht gerade noch rum? Rektor Komm mit Ja Ach, da noch Ich bin in Feuern so geraten Schoxxick ist tot Ja Schoxxick ist tot Punky lebt wieder Äh, das ist nicht gut Hä, Punky lebt doch nicht wieder Schoxxick Doch Punky lebt Ich hab ihn auch gesehen Ja Ach man ey, die hat jetzt das Blöd mit der Falle Die eigenen Kollegen sehen die nicht Das war so schön, aber trotzdem Und wer hat beide gekillt? Schnitzel! Dass du eine gleich erschießen musst, weißt Ja, wenn du eine Granate nach mir wirfst Ja und, die machen doch nichts Nee Die selbe Granate, die mir Die mir Kai in die Fresse geworfen hat Die hat auch nichts gemacht Gibt die Plasma-Granate oder wie die hieß Ja Ich hab auch nichts gemacht, aber schwarz tot Ich war auch überrascht, was daraus wurde aus der Plasma-Granate Ja Ja, die Plasma-Granate Klar, wenn die an dir heftet Aber ja Alter, mach auf mit euren scheiß Brandgranaten Da hab ich vorhin schon 10 Schaden von bekommen Christian, das Passwort hab ich dir geschickt, ne? Äh, ja Er ist auch auf dem Discord Der sitzt oben im Willkommensbereich Schotzig ist auf jeden Fall Detektiv Er kann's auf jeden Fall NICHT sein Ich glaub Schotzig ist es Wo bist du? Oma ist mein Blum auf dem Regal Wenn ich gleich schweige, wenn mich eine fragt, dann... Halt, stopp, jetzt rede ich Okay Wen suchst du denn? Äh, Lars Warum? Aha Wer ist da oben? Was war das, der Traitor? Nee Bin grad unten Sag's mir mal ganz kurz, dein Alter Geh weg, grünen Ne, warte mal, die Oma Sag mir mal ganz kurz, das Alter Hä? Mein Bruder ist 20 Gott, perfekt Alter Wer ist da? Keiner Wo ist Lars? Ich muss den finden, bitte Hallo Warum? Ich bin oben Ja Okay, die Oma guckt hier bei Punky Guck dir mal Punky, der steht die ganze Zeit da auf Kader Halt, stopp Stehenbleiben, kriminelle Abschaum Wer ist? Was machst du da mit mir? Kai, was machst du denn mit mir? Was ist das? Hey Hör doch auf Zimmer, du, hallo, grüß dich Was ist das? Guten Tag Taser Hallo Halt die mich Nein Geh weg Passwort hast du bekommen? Alter Wo kommt die Musik her? Der Rhythm im Boot Sepp ist es Da hinten ist Sepp Erschieß ihn, los Erschieß ihn Ich muss ihn mal kurz leiser machen Sepp und die Oma Sepp und die Oma Sepp und die Oma Sepp und die Oma Wo? Runden im Schacht Beide Oh Gott, da ist Feuer Da ist Feuer Ja Ja, wir wollen wir heute Am besten in Schacht Also Sepp und die Oma sind es Oder wie? Nein Schoxig ist es So Die Oma und Sepp Die Oma und Sepp Die Oma und Sepp Nochmals Schoxig Meine Oma und Sepp Schoxig Der auch immer noch lebt Ihr werdet sterben Auf jeden Fall Die Oma und Sepp Die Sepp und Oma Die Oma mit dem Sepp Erschießt die Beide Die sind auf jeden Fall Das Detective-Befehl Alle beide Du willst uns nur töten Ich bin Detective Du bist gewalttätig als Traitor Du bist gewalttätig als die Traitor Die waren unten im Schacht Die sind in der anderen Richtung gewesen Sepp zumindest Aua, ich werde angeschossen Ja, ich weiß nicht, wo die sind leider Oma Die sind's beide Er schießt die ruhig Die sind's beide Definitiv Die haben beide schon auf mich geschossen Oma ist hinten durchgegangen Oma ist im Regal drin, ne? Oma, hab ich LOL Ich wurde erschossen Du lebst ja doch, Warte Junge Sag doch einfach was Schlitzel Ach, du warst es? Okay Ja, Entschuldigung Oma war Trader Okay, ja, hab ich auch gesagt Äh, fehlt nur noch Sepp Auf zur Reiche Ich brauch die Credits Ich weiß, wo Sepp ist Ich glaube, ich weiß, wo er ist Äh, okay, Punky Naast Da lebst du noch? Ich, ja Ah Ich lebe noch Okay Ich bin hier unter den Regalen, wo Monopoly ist Hat leider keine Credits mehr gehabt Hm, natürlich ärgerlich Kann ich nichts mehr kaufen Wo ist Sepp? Keine Ahnung Ich nehm die Leiche mal jetzt mit hier Ja Ist mir hier schon zu offen Ich werde das Reiche Schaukstück Hier ist es Danke Richtig Glas Wer weiß, dass es nicht aufgerutscht wird Wer kann das denn sagen? Wo ich schon schließe Sepp, komm raus Wer ist das denn überhaupt noch alles? Sepp Sepp ist es Hast du es wirklich klar, Sepp ist es? Ja, er hat auf Detective geschossen Ich glaube, das ist im Regal Oder es wäre von euch im Regal Im Bücherregal, wo die DVDs da stehen Und so Im Bücherregal, wo die DVDs stehen Ja, da, wo der Fernseher Bücherregal, wo die DVDs stehen Ja, Vitrine, whatever Könnte es hier mal kontrollieren Ja, steht Kai unten Weil unten ist auch einer Ich hab Sepp Wo? Unten, ähm, hinter den Wann ist das hinter den Ganz unten im Bücherregal Aber er Second's Hand Second's Hand Wo kommt er? Wo kommt er? Das ist ein Drecksgame Da hinten in der Ecke steht er Vom weißen Auto Geht jetzt hoch zum Laptop Das ist so eng Was ist passiert? Warum musstest du auf Punky schießen, Mann? Ich dachte, du schießt sofort auf Schoxig Da der mit dem Taser neben mir stand Hätte ich sofort wieder am Boden gelegen Hätte ich sofort geschossen Ich wollte ihn schon erschießen Bevor er mich getasert hat Da kam ja Dissabüll dazwischen Da musst du mal deine Pläne schreiben Dann hätte ich still gestanden Dann hätte er mich auch erschossen Eigentlich schon wieder die Oma, ja? Als Partner gehabt Der hätte gesagt, ein gutes Pärchen Ja, anscheinend Aber jetzt bin ich unschuldig Wie eigentlich fast immer Drei Trader Drei Oha Wie kommt das denn? Simba, du Herzlich willkommen Dann kannst du ja wieder jeden erschießen Äh Ja, falls die Spieler noch nicht mitbekommen haben Wir haben jetzt noch einen neuen Spieler dazubekommen Guten Tag Genau Grüße dich Und jetzt wissen wir auch Warum wir hier Drei Trader auf einmal haben Also Drei Trader Drei 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 Trader Ich denke gerade an meinen Kai, Kai, Kai Kai Ich hab mich nur gewehrt Was ist Kais Name im Game? Security Du bist Detective Und du hast mit C quasi deinen eigenen Job Mit C Du bist 100% Wie wechsle ich einfach nur so Ganz normal die Waffe Mausrad und dann nochmal Linke Mausrad-Taste zu bestätigen Wenn ich tot bin, ist das Schott Ich glaube Kai ist gerade gestorben Geh mal Confirm Confirm immer Ja Lauf mir nicht hinterher Ich bin unschuldig diese Runde Ich war letzte Runde zu schlecht als Traitor Und ich bin Angis Leiche liegt auch dort Die Runde ist schön confirmed Aber es ist nicht Wo ich wieder gespawnt wurde Wurde ich ja mitten auf dem Bett gespawnt Da wollen auch richtig viele Waffen Ich hab's gesehen Auf dem Laptop sind welche Ja die waren aber weg in dem Moment Fallschirm Ach nee das ist das falsche Spiel Warum liegt hier eine Leiche Ja weil eine Leiche nicht stehen kann Sympathisch Ich wurde beschossen Von wo? Na von da ungefähr ja Hast du Schublade? Von der Oma? Hä? Nein ich hab nicht geschossen Nee Nee Ich kann dir 30er Magazin hier in die Wand jagen Damit du mir glaubst Oder mit meiner Pistole schießen Was möchtest du? Okay Ist mir eigentlich egal Da Volles 30er Magazin Bitte sehr Boah das war der Beweis Das war jetzt der Beweis Hast du mir's gesagt Lars? Hör auf mich zu verfolgen Hab ich gesagt Sagt der der auf mich zielt und wegrennt Ich wurde Chemie da angeschossen Von wo? Weiß nicht genau Also Afro hat glaube ich nicht geschossen Wer ist das hier? Jetzt hätte ich gehört Nee Afro nicht So du Irgendwo aus dem Regal Irgendwo aus dem Regal Von oben Kartoffelsalat Ich hab ne Diegel in der Hand Schliess ich vertrau dir jetzt Wenn du's bist Brauchen wir heute nicht mehr zusammen miteinander reden Das war ganz schön hohe Ansätze heute Achtung Oma Hier hatte grad eine von euch beiden Hier hat aber einer die Aave in der Hand oder nicht? Hinter dir? Ja ich bin Detective Hier liegt doch ne Hand Das ist nicht dran Ja das ist nur das Security-Kind Der da hingehangen wurde Christian warum liegt bei dir ne Leiche? Das ist Punky Der ist schon ne ganze Weile tot Ich hab den nur grad das erste Mal gesehen Ich hab irgendwie nicht das Gefühl Dass der ne ganze Weile tot ist Ich bin unschuldig Punky war der erste Der ist doch vor Kai gestorben Ja Punky ist als allererstes gestorben Tja Passiert Ich glaube schockzig ist es Ja glaube ich auch langsam Habt ihr nämlich noch nicht einmal gesehen die Runde Ja Das heißt wir laufen gleich wieder in irgendwelche Fallen Die er uns aufgestellt hat Aber wer ist der dritte? Da hat wer auf mich geschossen Oder er hat unter mir geschossen Wo bist du? Ja ja Unter dem Laptop Unter dem Laptop muss einer geschossen haben Ja genau Aus dem Regal raus Wer hat da geschossen? Hier hat er selbst geschossen Ja Schnitzel ist auf jeden Fall tot So wir drei Oma Semabu Sembudu Nee was Sembadu Sembadu sorry Da im Schrank Ich hab wen gesehen Wir erschießen alles was im Schrank ist Ich bin im Schrank Kartoffelsalat Ich bin's aber Ja Wir können doch davon ausgehen Dass die letzten beiden jetzt sind Oder nicht Ja Hä Ja logischerweise Ja logischerweise Pitzel ist down Logische Schlussfolgerung Da oben wurde einer getötet Zwei sind down Ich weiß jetzt Lars hat Lars hat auch schon lange nicht mehr geredet Vielleicht steht sich das ja auch so gut Hm Schoxig das war gerade nicht gerade hilfreich für dich selber Die Aussage Ich weiß Auf mich wird geschossen Ja mit nem Schallgedämpften Das weiß unten drunter Wahrscheinlich Wer hat denn da die Boxen so laut Woops Schoxig Nimm mal die Sniper nehm Ah What the fuck Ja ne Oh ne Wie komm ich aus dem Zoom raus Ah 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 Hm Alter Na wo bist du Als ob man die nicht hoch kann Wo bist du denn? Weiß ich nicht Weißt du nicht? Ja, das ist halt das Gute Ja, dann dreh ich da mal um Sag mal, wo du bist Nee, nee, alles gut Ja, rede ruhig Alter, was ist denn das hier für ein Sprung? What the fuck? Ah, da hinten Jawoll Scheiße Alter, hä? Hallo? Hä, wo bist du? Hallo? Ach da Hä? Jetzt fühl ich mich verarschen am Spiel Sehr schön Schöner Einstand Schöner Einstand Ich glaube, er hat gerade das Aim gewonnen Ich habe ihn nicht gesehen Er war dort, wo du ihn vorher schon angeschossen hast Alter, das Move mit in Warum ist Punky nicht durch den Headshot gestorben? Hättest niemand gemerkt Aber Schnitzel auch verraten, wenn du durch den Headshot gestorben bist, ne Schnitzel? Ehrlich Sehr schön Das ist nicht wahr, das ist Traitor Du konntest mir schon fast denken, dass du was bist Er steht die ganze Zeit so ruhig da Ich dachte, komm, hält's mal hin Ey Lars? Ja Ich bin Detective Boah Was war doch das? Ich schmeiß mal eigentlich eine Waffe weg Äh, cool, cool Ich schmeiß nicht zu Was ist jetzt passiert? Mal, 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 mal Was ist jetzt? Was ist jetzt? Weiß ich nicht Kartoffelsalat, lebst du noch? Ja, 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 ja Okay, haha Ey! Ben Hallo, SP Oh mein Gott Hier oben sind zwei Leichen, wer war das? Wo? Ey, what the fuck? Hier? Hier ist eine Leiche Wer ist? Hier liegt, wer ist das? Kartoffelsalat Geht's? Häää? Hm Hä? Äh, hä? Was passiert? Also bei mir hier sind Sepp und Sembadou Also, mir geht's gut Sepp Schoxig fehlt, Schoxig fehlt Alter, nimm da Schoxig her Hä? Der schweigt schon wieder die ganze Zeit Sepp ist es Sepp, hol Sepp! Oben auf dem Strang Schießt auf mich Ist tot, liegt oben Ich weiß, ob er wiederkommt Ich kann gerne mehr confirm Aber da wir drei Traitoren haben Kann das auch sein, dass noch viele unter euch dazwischen sind Ok, keiner confirmte ihn, ok Zeit, hier drei ist also Soll ich da jetzt etwa hochgehen? Was gibt's denn hier überhaupt? Ich hab das Gefühl, dass du mich erschießt, wenn ich da jetzt rausgehe, weil du Traitor bist Nö Safe Geh halt nicht da hoch Das zwingt sich ja keiner Ja Aber Sepp ist tot Aber Sepp ist tot Aua Wir leben jetzt noch Ich bin noch da Zwei Traitoren auf jeden Fall Ich glaube, dass es Schocksick ist Ich glaube, dass es Schocksick ist Geh ja bitte weg hier Roma Also hier liegt Funky Er liegt Schocksick Hä, hast du Schocksick getötet oder was? Ja, die Oma ist es Stimmt gar nicht Halt die Fresse, du hast gerade Schocksick getötet Verpiss dich Hä, wer lebt denn jetzt noch? Ich brauche hier Hilfe Ja, ich bin auch noch da Aber ich bin gerade am suchen Nach alles irgendwie, was tatsächlich ist Ja, also die Oma lebt auf jeden Fall noch und ist es Nein Du bist es wahrscheinlich Hä? Hey! Besonders ein Defibrillator und Was ist der Defibrillator? Wiederbelebt Nee, was? Welches Item von denen, die man da im Shop hat? Der grüner Herz